Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Altcoin-Update-Video und zwar geht es heute um Jörn Finance. Auch ein Coin, der sich ganz komisch sehr, sehr oft gewünscht wurde. Hat mich echt gewundert, dass doch so viele Altcoin-Wünsche über Jörn Finance gingen. Deswegen schauen wir uns das heute mal an. Ein bisschen näher im Detail, in den kleineren Timeframs und in den größeren Timeframs natürlich. Wenn ihr natürlich irgendwelche Altcoin-Wünsche auch noch habt, schreibt sie unten gerne in die Kommentare rein. Ansonsten gerne dem Video ein Like da lassen, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Und damit habe ich auch genug Eigenwerbung gemacht. Wir starten jetzt direkt durch mit Jörn Finance. Momentan traden wir bei ungefähr 5.500 US-Dollar. Wir haben die 5.000 US-Dollar-Marke nochmal angekratzt. Jörn Finance hat vor allem durch seine, ich sage jetzt mal, deflationäre Art anscheinend ziemlicher Hype-Coin bei vielen. Also mich hat es wirklich gewundert, dass so viele Wünsche darüber kamen. Und deswegen, wie gesagt, schauen wir uns das mal ein bisschen näher an. Wir befinden uns auf jeden Fall noch in einem absoluten Downtrend. Hierzu ganz kurz mal der Blick in den Daily-Time-Film. Schauen wir uns mal ganz kurz an. Da seht ihr schon, wir sind hier auf dem Log-Chart unterwegs, weil der Logarithmic-Chart einfach deutlich besser hier zum Handhaben ist für längere oder größere Zeiteinheiten. Deswegen nehme ich den hier. Wir befinden uns in einem Downtrend. Dieser ist seit, sage ich mal, 40.000 US-Dollar auf jeden Fall in vollem Gange. Und wir wurden hier jetzt schon 1, 2, 3, 4 Mal rejected. Beim 4. Mal sah es schon einigermaßen gut aus auf den kleineren Timeframes, aber sind dann doch wieder rejected worden. So, ja und jetzt haben wir so eine kleine Erholung gesehen. Ist das möglicherweise schon der Boden? Ich wage es immer noch ein bisschen zu bezweifeln. Klar, wir sehen jetzt hier so eine kleine Erholung auf dem Daily-Time-Frame, aber das Volumen ist einfach noch nicht im Markt. Und das ist das, was mich ein bisschen stört. Wir haben zwar eine kleine Bullish-Divergence hier gebildet mit einem minimal höheren Tief, aber trotzdem sieht das nicht wirklich gut aus. Ich zeichne euch das mal hier ganz kurz ein, damit wir das haben. Wir haben da einen schönen impulsiven Move bekommen, aber auch nur um die ganzen Ineffizienzen, die wir da vorgebildet haben, wiederum zu füllen. Das sagt uns vor allem auch der 4-Stunden-Timeframe. Blicken wir ganz kurz da drauf. Da seht ihr, was ich meine. Dieser Abverkauf wurde jetzt perfekt gefüllt. Höheres Hoch, gleichzeitig aber wieder eine neue Bullish-Divergence mit deutlich weniger Volumen. Und wir wollen, wenn wir so eine Bullish-Divergence auf dem Daily-Time-Frame haben oder auch auf den kleineren Time-Frames, einen impulsiven Move sehen. Wir wollen Dynamik sehen. Wir wollen deutlich mehr Volumen im Markt sehen und Impulsivität. Und das fehlt uns hier momentan noch. Und da müssen wir jetzt mal gucken, wie sich die nächsten Stunden bzw. die nächsten Tage ausspielen. Wichtig wird es erstmal sein, diesen Bereich hier, wo wir schon wieder rejected worden sind bei den 5.570, zu durchbrechen. Am besten mit einem Daily-Close. Ein Anfang wäre schon mal ein 4-Stunden-Close. Danach sieht es aber momentan meines Erachtens nach einfach nicht aus. Dafür fehlt uns, wie gesagt, dieses Volumen und diese Bearish-Divergence, die natürlich jetzt auch noch vorliegt. Das spricht erst einmal dafür, dass wir nochmal eine kleinere Korrektur zumindest nach unten hingehen. Dafür auch ganz kurz jetzt Blick in den Traders-Reality-Indikator. Wir gucken nach Vector-Candles. Da haben wir im 4-Stunden-Chart erst einmal nichts vorliegen. Sprich natürlich auch, okay, wir haben hier wenig Volumen. Merkt man dann auch natürlich auch in den Vector-Candles. Dann 1-Stunden-Time-Frame. Auch hier haben wir hier unten eine bei 5.127. Passt zu dieser Psy-Range. Also das zeichnen wir uns auf jeden Fall mal ein. Und das wäre auch für mich ein mögliches Korrektur-Level. Warum? Eben wegen einerseits diesen ganzen Pumps, die wir hatten. Wir haben die 4-Stunden-Barrish-Divergence. Wir haben eine 1-Stunden-Barrish-Divergence. Das spricht deutlich erst einmal nochmal für Abfahrt. Wir kontrollieren das Ganze nochmal ganz kurz mit dem Golden Pocket, beziehungsweise mit unserem FIP-Level von unserem Low zu unserem High. Da sehen wir, okay, unsere Support-Zone von unserem 1-Stunden- aber auch 4-Stunden-Chart und unserer Vector-Candle liegt hier beim 0786er bei 5.134 US-Dollar. Würde sehr, sehr gut passen. Das heißt, wenn wir jetzt hier eine Korrektur reinkriegen, wäre es ganz schön, hier unten zumindest das Golden Pocket abzuarbeiten bei 5.200 US-Dollar. Besser wäre es hier das 0786er und dann einen neuen Anlauf mit deutlich mehr Volumen zu starten. Brechen wir hingegen, wo wir ja gerade darüber gesprochen haben, hier dieses Level bei den 5.570 mit einem schönen Daily Close und doch mehr Volumen, was dann reinkommen sollte, wo es nachher aber halt wie gesagt momentan einfach nicht aussieht, kann es relativ flott gehen, denn wir haben die nächste Ineffizienz, beziehungsweise den nächsten Widerstand erst hier oben bei den 6.154. Würde aber auch gleichzeitig dafür sprechen. Wir brechen aus dieser gelben Linie hier oben aus, wo wir unseren Downtrend haben. Danach sieht es aber momentan ganz ehrlich nicht aus. Dafür muss einfach mehr Volumen reinkommen und danach sieht es wie gesagt nicht aus. Wir brauchen mehr Volumen, wir brauchen ein schönes Breakout und das haben wir momentan nicht. Jetzt kontrollieren wir das alles nochmal ein bisschen auf den größeren Timeframes und zwar auf dem Daily Timeframe und ziehen uns auch hier mal von unserer ganzen Abwärtsbewegung das FIP-Level. Da sehen wir, okay, wo haben wir die nächsten Widerstande. Das 05er kommt direkt hier bei unserer einerseits 4 Stunden Supplyzone und eben bei dieser Ineffizienz hier oben raus, die wir gerade eingezeichnet haben. Es wird meines Erachtens wirklich auf den Daily Close ankommen. Brechen wir aus, kann es relativ flott gehen, dann könnten wir sogar wirklich einen Versuch starten, an diesen Downtrend zu brechen und dann müssen wir mal gucken, wie sich das ausspielt. Sollten wir hier eben, wie gesagt, dieses Breakout kriegen, hier hoch, dann wieder, sage ich mal, eine Rejection nach unten hin, wäre dann das nächste wahrscheinliche Szenario, dass wir nochmal diese gelbe Downtrendlinie testen und dann versuchen, hier in Richtung Golden Pocket aufzusteigen. Würde einen schönen Impuls bedeuten, aber dafür brauchen wir, wie gesagt, ein Daily Close. Kurzfristig sieht es eher danach aus, dass wir doch nochmal eine kleinere Korrektur nach unten hin sehen. Wenn wir, wie gesagt, das Breakout nach oben hin schaffen, dann auf jeden Fall den Bereich um knapp 6.000 US-Dollar im Blick behalten. Da ist unsere Downtrendlinie. Ansonsten wäre das nächste Ziel, die 6.160 beziehungsweise 6.290 US-Dollar. An sich persönlich, weil auch gefragt wurde, ob ich in Jörn Finance investiert bin, nein, momentan noch nicht, weil ich aber auch noch davon ausgehe, dass wir möglicherweise nochmal tiefere Kurse sehen. Klar, wir haben Lower Low, wir müssen erstmal ein Higher Low bilden, um die ganze Struktur erst einmal zu durchbrechen, dass dieser Downtrend vorbei ist. Deswegen momentan nehme ich hier noch ein bisschen Abstand und für mich potenzieller Bodenbereich liegt so zwischen 4.750 und 4.100 US-Dollar. Wir schauen nochmal ganz kurz hier diese Lows an. Wie sieht es vom Volumen aus? Die müssen wir uns nicht mehr unbedingt holen. Das andere Low hier, wo das viele Volumen drin war, das haben wir uns schon geholt, also das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und noch der Blick in die Vergangenheit, da seht ihr, okay, da ist nicht viel, wo wir uns jetzt noch hier tiefer Support holen könnten. Also möglicher Bodenbereich, die 4.150 bis 4.750 US-Dollar im Auge behalten. Wünscht ihr weitere Updates über Yon Finance, dann gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Ansonsten Altcom-Wünsche jederzeit auch unten reinschreiben. Das war es von mir. Kurzfristig, wie gesagt, wichtiges Level, was wir brechen müssen, wo wir gerade angesprochen haben, sind die 5.700 US-Dollar. Brechen wir diese, haben wir auf jeden Fall Upside-Potenzial. Ansonsten ist eine Korrektur momentan zumindest erst einmal sinnvoller, um auch im Daily-Time-Frame möglichen doppelten Boden reinzukriegen. Gut, das war es von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Like da lassen, Abo da lassen und natürlich Talk und Signalgruppe reinscheuen. Das war es von mir. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao und wie immer, stay crypto.